Yo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Matendo. Wir sind zurück bei Deltarune. Wir sind bei Part 4. Im letzten Part ist ja Susi unserem Team beigetreten und dann haben wir hier den Part bei dem Shop beendet. Und ich hatte auch gesagt, dass wir in den Shop mal reingehen. Es war ja jetzt doch eine längere Pause und wenn ihr noch nicht im Community Tab geguckt habt, dann guckt da mal noch nach, weil da steht, dass ich vorerst nur noch dienstags und samstags uploade. Äh, bloß, dass ihr Bescheid wisst. Wir wollen natürlich was kaufen. Dark Candy, was macht denn das? Das heilt 40 HP. Ein Hamburger. Ich denke, Dark Candy geht fit. Holen wir uns dreimal. Ja, see you again or not. Okay, warte mal, ich wollte mal mit diesem Typen reden. Hey, hey kid, you wanna buy a tutorial? It's only 5 Dark Dollars, äh, 50 Dark Dollars. Was für ein Tutorial, Alter? Ah, did I say 50? Well, we just went and said 20, 20 Dark Dollars. Ähm, eBay Kleinanzeigen auf Wish bestellt. One, only one dollar. Please, please, I need this right now. Okay, für einen Dollar machen wir's. Really? You changed your mind? Heeeh. Right this way, gentle. Ne, was? Einfach abhauen. Wir hauen einfach ab. So, ist die Tür? It's a lone doorframe, but for some reason you can't see through this. Okay, wir gehen diesem Typen einfach mal hinterher. Mal gucken, was er von uns will. Äh, ja. Ich denke, schaden kann's nicht. Ich weiß nicht, warum, weil er da so einen richtigen Pädoblick drauf, ne? Ich glaube, der will mit uns unschöne Sachen machen. We're sorry. We are normally puzzle guys, but we've been forced to do tutorials just to make ends meet. When the king got power, he fired everyone and replaced our puzzle makers with him. Rock the card. Lord of the puzzles. Be careful. Donation hole. If you like our tutorials, please throw your money into a hole. Also, ein Dollar können wir reinwerfen. The hole became full. Die anderen machen Schönheitsschlaf, so wie's aussieht. Also macht er vielleicht mit den schlafenden Leuten und schöne Sachen. Sind wir ja nochmal rechtzeitig entkommen. Okay, wir dürfen jetzt wieder einen Fight machen, aber ohne halt, äh, zu kämpfen. Ja. The Clowns are back in town. Well, bad news. Since you last saw me several minutes ago. I've created a brand new fighting team, ready to stop you. Not even the purple guy, uh, girl, can stop me now. Ha ha ha. Are you ready to be... Stop, stop talking. Ho ho ho. What is that? Why are you saying that? Ho ho ho. It's my evil laugh. Scary, right? You sound like a baby Santa Claus. You mean, like, in a badass way? Shut up. Oh, jetzt gibt's Stress, arme Nicole. You really think you got, uh, you know how to be scary? Fuck, let's be scary. Grüße gehen raus an Nikita. Well, I... Well, I... Wrong. Man, wannabe... F... F... Tough. Tough, tough, tough. Ich hab's! Tough guys like you really piss me off. Face it. You wouldn't know, uh, scary. If it picked you up and bit your face off. That... That's not true. Oh, really? Susi macht ordentlich Stress, diga. Then why don't we prove it? We'll start with the part. Where your face gets bit off. Ah, ha, 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 ha. Oh, okay. I get it. Thank you, purple guy. Warum will ich mal geil sagen, purple girl? Hey, it wasn't... Hey, I wasn't... And now? Heilige Scheiße, was ist das denn? You're going to be trashed. Ah, ha, 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 ha. Merry Christmas. Heilige Scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Digga. Hier kommen auch immer mehr kranke Gestalten. I guess that's kind of an improvement. Drei Stück? Holy fuck. Okay. Äh. Äh. Ey, du sollst ihn nicht killen. Ach, scheiße, Digga. Ähm. So, sie macht keinen Scheiß, Digga. So geht's auch. 0 XP plus und 62 Dollar. Jawoll, Digga. So muss das. So muss das, Digga. Gut, geht... Ah, ein Puzzle schon wieder. Oh, look, Chris. Another Puzzle. Oh, no. Äh, let's read the instruction... Instructions. The instructions are vandalized. It says... It says... Forstfords. Do... Digga, diese Wörter, man! Puta, ich bin doch kein Englisch-Genie. Du will never figure it out now, Digga. Ruining instructions... Äh, instructions... That's definitely against the rules. Dannet, I'm say... Psst. I'll make my own rules. Well, that explains that. Heilige Scheiße, war die schnell. Why don't we just climb over this spiked fence? Ähm, because then we'd get impaired and die. Cool. I'll work on that. And you do the puzzle. Ähm, try your best, Chris. Warum muss ich das jetzt machen? Hä? Ah, ich weiß, was zu tun ist. Glaube ich. Ja, ich weiß es. I know that. So, great job, Chris. Ja, ich mach das andere noch. Hey. So, zack. Und... Zack. Wahoo. You did it, Chris. Great job. Damn. Didn't get to empower myself. Oh, well, come on, Shams. Good job, Chris. Okay, dann gehen wir mal mit. Wo auch immer. Äh. Ey. Wir gehen erst mal geradeaus lang. Ähm. Oh, hier ist ein Schild. From the button, the order of our rooms in Cardcastle. Of course, if you haven't been there, you won't know it. Waren wir schon im Cardcastle? Ich weiß gar nicht, waren wir da schon mal? Ah, shit, man. Okay, warte mal. Dann gehen wir zunächst mal ins Cardcastle, würde ich sagen. Oder haben wir... Oder waren wir nicht im Cardcastle und haben uns da sogar die Reihenfolge angehört? Oder angeguckt? Oh, schade. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Äh. Lecture. Äh, nein. Nein. So. Ja, man. The enemies be tired. Jawohl. Äh. Äh. Ach, du Scheiße, man. Oh, fuck. Ach. God fucking damn, Alter. Das Gute ist, die sind alle müde. Gott. Alter, dieser große Mund. Heilige Scheiße. Der hat ein Riesengebiss, Alter. Der könnte Werbung für Blender Dent machen, Alter. Verstrahlend weiße Zähne. Äh, wir machen Flatter. Würde ich sagen. Äh, ja. Ciao. I'm just a normal... A normal person. So siehst du auch aus, ey. Okay. Letztes Mal. Then you are... Death. Good. Ciao. Wir gehen erst mal hier lang. Vielleicht kommt ja hier rein zufällig auch Skat Castle. Das sieht alles sehr... ...mysteriös aus. What? Was war das? Hä? Ah. Okay. Okay. Ja, wir durften uns nicht vom Weißen treffen lassen. Okay. What? Tschüss. Ja, jetzt wird's Zeit für ein Duell. Äh. Good night. Ja, man. Ciao. Weg mit dir. Holy fuck, Alter. Tschüss. Was packt der denn da aus? Gut. Äh. Gehen wir weiter. Wir laufen am besten ein bisschen am Rand. Und... Oh nein, nicht schon wieder sowas. Ey, Mann. Warum? Easy. Gut. Ach, du scho wieder. Ja, moin, digga. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hm, Impressive. So it's a shame. You want to make it a step further. Cars, my guys, are about to smash you into blood. Lots of blood. Splooshing blood. Very gross and bad. Digga, was is los mit euch? Hey, purple girl. Was that scarier? Why are you asking me? Because you're really cool at being terrifying. I wanna be as scary as you. Susie makes stress again. You want to be like me? Yeah. Well, that's stupid. But the new laugh isn't as awful, motherfucker. And saying you'd turn us into blood is cool. What the hell is up with the bucket? Fool. It's to put... It's to put the blood in. Oh. Yeah, I'm not supposed to make a mess. Anyway, thanks for your feedback. I'm really feeling scary. No problem, I guess. Huh. So are you guys gonna attack us or... Oh, yeah. I was too excited. I was so excited I forgot to bring any guys. But next time... It'll be the end for... Hey, I've got... I've just been calling you guys clowns. Does your team have an official name or something? Oh, Chris. We should... Come up with a name. No, we shouldn't. And it's decided. Everyone puts a name in the bucket. Alright, everyone's... Put in their entries. Blue person, you can choose. Since you... Look like you don't care. Uh... I would say... Crumpled paper. Yeah. Okay, and your name is... Hmm. I don't think I'm allowed to say this one. It's pronounced... The... Dollar Ausrufezeichen. Dollar Fragezeichen. Squat. I'm not allowed to say... Tilt to... Swear words. Wow. Now... You freeze... A collective that must be... Very cool. Uh... Could we... Uh... Could we... Perhaps... Consider... A different name? Roze... You don't have to be in our squad. Woah... Tschüss... Die packt aus. Yeah... How about... I be in... The squad... And you be the bad guy. Here... Call up my dad. Tell him... He has a new son. One... One... That has to take a shower every time he reads a swear... A swear word. Okay, fine. We can keep the name. I just won't say it. Haha, me too. See ya, losers. It's shower time. Okay. Vielen Dank dafür. Wir speichern hier an der Stelle. Ja... Und... Äh... Wir gehen nochmal fix gucken, was genau hier jetzt kommt. Vielleicht kommt hier jetzt noch irgendwas... Ach du... Fuck! Okay, das ist gar nicht so easy. Das machen wir im nächsten Part. Gut, dann beenden wir den Part an der Stelle. Lasst den Daumen da rum, sofern es euch gefallen hat. Gebt auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um die kommenden Videos... Äh... Mit als Erste zu sehen. Und beziehungsweise immer... Über neue Videos benachrichtigt zu werden. Schreibt natürlich auch Feedback in die Kommentare. Schreibt... Äh... In die Kommentare, was ihr denkt, wie es weitergeht und so weiter. Ihr wisst wie das läuft. Ich würde ganz einfach sagen... Dass man sich im nächsten Video sieht. Und... Ja... Bis dahin und... Ciao! Es ist bare... So! Nähe... Tepp diesen Method Die Folge aus McCones zu Zeit.